Hallo, was war das an deiner Hand? Ja, das, was ich hier in der Hand habe, ist unser Hunde-Eis, das wir hier bei uns anbieten. Und zwar seit letztem Sommer ungefähr. Dort haben wir das hier eingeführt. Dog Gelato wird es genannt, auch der Werbung gut ersichtlich. Hunde-Eis, genau, wir haben letztes Jahr im Sommer damit angefangen. Die Idee dahinter ist einfach, dass wir gesagt haben, okay, Frauchen, Herrchen, komm zum Eis essen, zum Kaffee trinken oder was auch immer zum Verzehren vorbei und der Hund, die Hündin, bekommt halt nur so eine langweilige Schale Wasser dazugestellt, schlürft da so ein bisschen und wir sind halt auf Dog Gelato aufmerksam geworden und dachten, okay, das ist nochmal was, dass wir nicht nur Fräuchen und Herrchen was bieten können, sondern einfach auch nochmal der Hund und der Hündin, die dann Fräuchen und Herrchen begleiten. Wir wollten es einfach mal probieren letzten Sommer, es wurde sehr gut angenommen. Wir haben mit vier Sorten gestartet, Leberwurst, Lachs, Leona und Spirulina. Mittlerweile ist es so, dass es noch zwei Sorten bei uns gibt, Leberwurst und Lachs, weil wir einfach gemerkt haben, dass das viel besser angenommen wird. Und wir haben auf jeden Fall das Sortiment auch auf, oder die Anzahl, die wir hier vorhalten, nochmal aufgestockt, weil wir gemerkt haben, wie gesagt, dass es gut angenommen wird. Ja.